Zum Beispiel diese Rotten Chunks braucht man welche und diese Zähne. So, ich hab fast 40 Jungle Roses. Das ist gut. Echt? Kann ich mir noch hier so ein paar Stacheln? So, du hast sicher eine Stachel, oder? Ich? Ja. Wie heißt denn die Dinger? Stinger, oder was? Dann lass uns die Corruptions gehen, genau. Ja, da hab ich 19 Stück davon. Ja, irgendwo muss rechts noch ein Orb sein, den wir noch nicht haben. Weil zwei hab ich schon mal platt gemacht. Okay, prima, dann können wir das letzte Orb suchen. Und dann haben wir noch einen Meteorobrit. Hm? Der uns gar nichts bringt. Brauchst du Sterne? Ja, wär ganz praktisch. Okay, ich verkauf sie. Hey! Ist weg. So gemein! Ach was. Da wollte ich dir extra meine Dark Lands schenken. Klar. Soll ich damit? Schaden machen. Kann ich auch so. Alter, ich muss mich jetzt hier mit Pilzen vollfressen, weil ich keine Heiltränken mehr. Ich lau' ich mir mal die Stark Cannon hier. Mach doch. Wie konnte die Biene zu mir kommen? Sie hat dich umgebracht. Nein. Biene. Was soll ich köpfen? Du musst nur noch auf die Ameisen werden. Wir müssen die Sandgun auch noch irgendwie kriegen. Die schießt dann mit Sand, oder wie? So, ich hab 29 Jungle Roses. Perfekt. Kannst du mir die geben? Nein, ich will es haben. Das Grasschwert dafür... Ja. Das ist das einzige Ding, was du damit machen kannst. Außerdem brauchen wir noch Silberbarren. Und einen Jungle Rose fehlt noch. Ich dachte, du hast fast 40. Hab ich auch. Ich hab nur 39 jetzt. Das reicht nicht. Ja, warte, ich change eben die World. Okay. World 2, da muss ich mir eben meine Schatten... Kannst du noch ein bisschen Silber mitbringen? Ja, ich glaub, das hab ich sogar. Boah, jetzt können wir meine Player World erstmal hochhealen, ey. Ja. Danni, was machst du da? I.T. auf World's beschweren? Ja, ich such den letzten Orb. Hooray! So, was brauchst du nur Bomben? Die kann ich mal hier dazu packen, hab ich... Ich genug von den Drecksdingen. Aquas, Skeptor, ein Hellfork. Ich hab so eine geile Ordnung hier bei mir drin, Edith. Kann es sein, dass es irgendwie gefixt wurde, dass die... Boomerang jetzt solche Funken machen, damit man weitergucken kann? Keine Ahnung. Ich glaub, das geht jetzt nicht mehr. Silberbarren sagst du, da muss ich hier mal eben schauen. Ich freundliche Verkauf. Ah, ne mal so ein Held, Dani. Ja, pfff. Muss Quatu sagen, Tom. Der macht seine Racheakte hier. Ja. Oh, ich hab den letzten auf. Cool. Hau rein. Bin dabei. Nö, hab ich nicht mehr, glaub ich zumindest. Das ist der Nichte gut. Alter, ich bin so viel Müll dabei. Brauchen wir Rotten Chunk ein paar? Weißt du, ob der Typ überhaupt noch den ganz drobt? Ach, doch, Iron Bar habe ich hier nur. Also wenn du es auch dem Monit noch haben willst? Ja, dem Monit Bar habe ich. Und Shadowscale habe ich unheimlich viel. Demonit Bar. Kannst du da ganz viel mitbringen, weil wir brauchen das Schwert. Das Dominit war schwer. Ja. Wo ist die Kugel? Ähm, ist es Iron Bar? Das ist Eisen nicht, nicht Silber. Das ist Silber. Oh, hab ich noch nicht die letzte, oder? Wann kommt der? Oh, ja. Oh, ja. Aber offensichtlich nicht die letzte. Cool, hier sind Pilze. Soll ich Rotten Chunk ein paar Mitteln? Da hab ich noch 20 Stück hier rumliegen. Ich glaub, die bringen nicht viel. Den Niterufelsfall werden wir eh nur beschweren wegen der Moniters. Soll ich 27 Gold hier legen. Ja eben, dann kannst du ja noch mehr haben. Jo, dann bring mal deinen Dämonitärz mit. Jo, mach ich ja eine Sekunde. Das einzige, was wir jetzt noch brauchen, ist dann wohl Silber. Silber? Oh, hab ich noch 19 hier rumliegen. Ja, dieses könntest du mitbringen. Echt? Ne, ich glaub, die lasse ich's lieber hier. Ähhh. Braucht jemand von euch ein bisschen Hellstone Bar? Da hab ich hier noch 20 Stück liegen. 200? Mhm. Das ist zur Hölle. Übrigens, du hast ja auch die Topaz verkauft, ne? Wie gut, dass wir jetzt aber auch keine Sandgun mehr machen können. Wer soll ich ein bisschen was mitbringen? Topaz finden wir hier sicher noch. Topaz hab ich noch 19 Stück hier rumliegen. Aber warte, hier ist noch Topaz. Und Stinger hab ich 29 und Jungle Rose hab ich 94. Ja, wer ganz praktisch schon den Jungle Rose aufbringen kannst. Wow, hier ist E.T. of World. Das Ding haben wir nämlich genug. Jo, ich möchte auch ein Dingschwert haben. Können wir das noch machen oder was brauchen wir dafür alles? Komm, kommt runter. Ja, wir können schauen, ob wir noch einen herstellen können dann. Jo, machen wir. Meteorite Bar brauchen wir nicht, oder? Will einer sich noch ein Laserschwert machen? Doch, ich will ja. Mehr Schaden, mein Dingens oder dein Stang. Jo, gut. Ich mach mir einen aus Saphir. So, das sieht das so aus aus. Übrigens, da, nee. Da, nimm mal. Was? Das ist echt abartig, was ich hier hab. Das ist echt. Alter, jetzt schlag mich mit deinem blauen Ball zu. Ich hab dir Sunfury zugesteckt. Ach so. Ah. Ja. Oh. Ups. Das ist echt. Was hast du gerade gemacht? Ich hab dir das blaue gegeben. Ja, aber wir tun noch mehr zu. Ja, war keine Absicht. Der hat jetzt irgendwie nix. Der hat jetzt irgendwie keinen Dämonieneratz getroppt, oder? So, ich komme. Ich hab 40. Ja, das brauche ich. Brauche ich Scale? Das liegt ja. Nee, ich brauche nur Dämonieneratz. Danke. Okay. So, Spiegel. So, ich schau mal eben. Oh, nice. Platz 84. Nice. Ähm. Kommst du, Claimy? Jo, ich komme. Ich connecte gerade. Ah, da bin ich erschrocken. Wir brauchen nur ganz viel Silberherz noch halt. Das ist eins, was wichtig ist. Ich geb dir mal eben meinen ganzen Crap hier, den ich mitgebracht hab. Einmal Silver Ore. Dämonide Ore. Dämonide Bar. Dämonide Bar. Dämonide Bar. Jungle Rose. Und Stinger. Ey, droppt das Auge nicht auf, äh, Dämonide Ore? Und so. Ich glaube auch öfters beschwören. Ach ja, und wenn das ist ein Laserschwert. Wir haben nicht genug Silber. Wobei, haben wir genug Silber? Ja, gerade so. Nice. Können wir jetzt das Blade of Grass machen? Hier werf ich mal weg. Und dieses Schwert. Meins Bane. Jetzt können wir zumindest theoretisch das ultimative Schwert machen. Okay. Und praktisch? Was brauchen wir dafür? Dafür brauchen wir ein Dämonenalter. Achso, hier sind genug. Ich glaube, ich habe gerade Heiltanke weggeworfen. Ja, willst du? Wieder. Nein, passt schon. Ich habe eine. Meine Ultra-Tank könnte die 200 pro Stück machen. Leil. Ich habe nur die Kack-Dinger, die nur 100 machen. Was ist das für ein Kack? Kriege ich denn die neuen her? Du kannst ja welche herstellen. Ach, okay. Das ist viel zu anstrengend. Oh, vielleicht soll ich mir da eine roten Party beitreten. Suchst du Altar? Hier sind welche. Komischerweise ist die Waffe hier, die nicht in der Liste drin, die Lanze. Wobei, die Liste, die ich habe, ist die Recipe. Das ist eine verbotene Seite. Was, verbotene Seite? Ich bin in der offiziellen Wiki drin. Aber ich bin unter dem Abteil Recipe gewesen. Äh, komm mal doch hier runter in das Loch. Hier stehen ein paar Altare. Ich bin auch hier links, 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 links. Okay. Nice, Edge. Okay. Äh, Moment, der Weid ist gekommen. Ich benutze ihn jetzt. Drei, zwei, eins. Zack. Hat sich ja viel getan. 40 Schaden. 40 Schaden ist echt heftig. Das ist eigentlich relativ cool. Wollen wir jetzt noch schauen, dass wir deine Sandgun kriegen? Alter, jetzt, ihr müsst mich im Glauben lassen, dass, äh, ähm, ja. Das kann halt gerade eben nicht sinnlos, wa? Ähm, ja, ihr müsst mich jetzt im Glauben lassen, dass das nicht sinnlos war, weil ich habe gerade die vier besten Schwerter des Spiels für diese Schwerter ausgegeben. Joa, okay. Namentlich das Fiery Great Sword. Lass mal sehen. Wie, lass mal sehen. Ja, wie sieht denn das Kack-Ding aus? Was ist es hier? Weil sieht das Kacke aus. Ja, habe ich mir auch gerade gedacht. Psst, tu so, als ob es dich gelohnt hätte. Das Dschungelschwert, dieses Light's Bane, dann dieses Fiery Great Sword und das Muramasa stecken in diesem Schwerter. Was kommt bei raus? Mist! Das könnte wenigstens 80 Schaden machen oder so, aber nein, 40. Kaum 40 Schaden, das geht doch noch. So viel mache ich mit der Sunfury. Nee, Sunfury macht 33. Das hier macht 40. Neulstarb! Klatsch. Klatsch! Ne, fällt mir meine Lanze besser. Oh, die macht weniger Schaden, leider. So, jo. Was machen wir denn nun? Irgendwann habe ich alles gezeigt. Nochmal ein E-Tor. Sandgun, 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 Sandgun haben wir vergessen. Hast du 2 Parts mitgebracht, Clemy? Nö, rechts ist Sand und links ist Sand. Irgendwann könnte nach links gehen, einer nach rechts. Ich hole mit 19 Top-Arts. Mann, was soll es? Für, ich habe genug Top-Arts. Ja gut, dann komme ich wieder. 6 Stück, man braucht 3 oder so, glaube ich. Aber Ameisen, der muss man dafür töten. Ja, aber die finden wir jetzt nicht. Das ist blöd, wann spawnen die überhaupt? Ey, soll ich ein paar Linsen mitbringen, hier können wir so ein scheiß Auge beschwören. Naa, ich glaube, das mit dem Auge haben sie schon gesehen, oder ist schon... Ja, aber für den Demonit, oah. Haben wir immer noch genug. Wofür überhaupt? Wie, wofür? Ich weiß nicht, wofür braucht ihr das? Das Demonit, das haben wir für Light Spade gebraucht, damit wir uns dieses fette Schwert machen können. Ach so. Dieses schwette, fette Scheißschwert. Ja, so kann man es auch nehmen. Ohne Spaß, was sind Ameisenbären hier? Ja, das ist die Frage, die wir uns alle stellen. Ich buddel mich mal in den Boden. Klemiel, kannst du nach links gehen? Was will ich, Klemiel? Ne? Was? Da will kein Ameisenbär spawnen. Mimimi. Ich glaube, dann müssen wir dann so wie den Jungle irgendwie ohne Aufnahmen so lange mal fahren. Jo, das können wir ja mal machen. Ich würd sagen, bis wir da irgendwas von wegen der Sandgun gerüttelt haben, würden wir mal die Aufnahme hier unterbrechen. Ich glaub, wir haben so ziemlich alles gezeigt, was man jetzt, äh, in den neuen Patchs von Terraria erreichen kann. Und, ähm, wir verabschieden uns, äh, man hört sich, beziehungsweise sieht sich in dem Fall ja auch, beim nächsten Mal. Tschö, tschö, Leute! Tschö. Tschö. Tschö.